Wo da Eiland lebt, alles kann so bleiben. Wo da Eiland lebt, alles kann so bleiben. Ich glaube, dass das ist viel. Wir sind in der Herstattung von deinem Vater aufgebaut worden. Wenn's verabschiedet, Agatha. Wo da Eiland lebt, alles kann so bleiben. Meine geliebten Bürger, ich stehe heute vor euch, um mit euch den aktuellen Wo der Bewusstseinsstand zu teilen. Es ist der Beweis dafür, dass nicht alles unter Winstons Kontrolle ist. Es geht uns gut, wir sind hier glücklich. Es scheint eine geempfindliche Seele unter euch zu geben, für die unsere Werte nicht mehr von höchster Priorität sind. Aber wir müssen uns eben alle der Fragen stellen, wer wir sein wollen. Also nicht nur du, sondern auch zum Beispiel ich. Lächle, wenn ich mit dir spreche. Ich lächle noch auf. Agatha, ich leuchte uns. Wir müssen jetzt durch unsere Stimmen uns alle sprechen. Das Buch, das war... Ich hab mir mal Gedanken darüber gemacht, um zu jedem Ort zu auf dem Feld stehen, um jede Frau unserer tollen Frau beim Leben zuzuhören. Ihr wollt mit mir spielen und ich spiele zurück. Das kann man mir doch nicht vorwerfen. Es darf ja alles leben, alles. Alles. Und wenn ich lesen und schreiben lernen würde, dann könne ich diesen Ort finden. Lesen und schreiben. Ich. Außergewöhnlich. Es gibt jetzt viele Möglichkeiten, aber die hat man ja immer. Wo war das nochmal? Der Wegweiser. Wo war der nochmal? Der Wegweiser zum Wegweiser. Ich will frei sein, ich will frei sein, doch mein Kopf ja hier nicht aus. Vor mir, wenn es ist, der hat Gott, wie wenn ich sing, ich reif mich zu hören, dass ich verstehe. Vor mir, wenn es heiß ist, das hat man angezieht, hat man eine Geschichte, bevor sie auch... Auch alles. Je mehr, das tut der, wer bei uns, der braucht doch mehr. Wenn es kann, soll er sein, so lange er bleibt, wo er ist. Auf Angst habt ihr die Schrift verbannt, für eure Unabhängigkeit. Die Wahrheit habt ihr nie erkannt, wenn wer frei ist, liegt und schreibt. Verhaften! Wenn ich groß bin... Das ist doch auch nicht mehr. Ich hätte bitte die Macht über alles. Puppen sind mir. Von unbekannten Gewalt am Draht gezogen. Nicht, nicht, wir sind... Ruhig, ich will die Zeit erhören. Ich habe alles erreicht. Die Welt liegt mir zu Füßen. Das Leben ist leicht. Man muss nur die Bitterkeit versüßen. Auch ich fühlte mich einst vom Abenteuer umgabt. Das werde ich euch geben. Die Spieler sind ja auch nur Mitspieler. Das ist nur Ansichtssache. Euer Welt sein. Weil ich auch... Nicht gewährt... Zu leben. Das ist auch nicht. Und Moos. Und Moos.